Woche 2 am Starten, was klappt? Willkommen zurück zu einem Video von ProkeTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar... Finde Deadpool Schwimmhilfen bei The Yacht. Und genau wie The Deadpool ist wieder am Start bei Season 3, obwohl das schon längst Geschichte ist. Und die Yacht ist einmal ganz, ganz oben nördlich auf der Karte. Hier bei der Blau-Blau-Blau markieren. Da fliegen wir einmal hin und suchen mal die erste Location von den Schwimmhilfen aus. Ihr könnt mal gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob die Locations richtig waren oder ob die falsch waren beim Lagerfeuer. Wenn ihr hier seid, ist hier ein Lagerfeuer unten. Da könnt ihr euch besser daran orientieren. Geht ja immer hier hoch, zur Treppe hoch. Und dann müsst ihr nicht hier oben, sondern hier über den roten Container genau hier eine liegen. Also hier Leute, ich muss es mal für euch ansprühen. Hier wäre die erste Location von den Schwimmhöfen von Deadpool. Wo ihr die finden könnt. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Location. Die zweite Location ist auf der linken Seite von der Yacht, Leute. Und wir gehen einmal hier rüber. Und hier vorne bei dem Regenschirm wird sich auch hier wieder ein Deadpool-Schwimmhöfen befinden. Einfach hier aufheben, Leute. Und dann habt ihr auch schon Nummer zwei gefunden. Kommen wir auch schon zur dritten Location. Und die dritte Location wäre einmal hier unten, Leute. Geht einfach hier unten durch. Und durch die Chiru hier einmal hier. Und dann wird sich einmal die nächste Location hier befinden, bei der Truhe. Neben der Truhe hier wird sich die nächste Location befinden. Vom Deadpools Schwimmhöfen, Leute. Es gäbe noch eine vierte Location. Wenn einer von denen nicht gehen würde zum Beispiel, dann gehen wir mal ganz, ganz, ganz nach hinten zu der Yacht. Und gehen einmal hier hoch. Das war's. Mal hier hochgehen einmal, war's gewesen. Genau. Und dann gehen wir mal hier vorne links durch die Türe. Und dann wäre die einmal hier um die Ecke von der Seite. Genau hier zwischen beiden Türen wäre die vierte Location, wenn die eine von euch nicht gehen würde zum Beispiel. Und dann habt ihr auch alle gefunden, die Locations. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit der Aufgabe. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Einen kostenlosen Abo. Ich würde mich wirklich sehr freuen, Leute. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer PuckTV. Peace out.